Ja und damit willkommen zurück zu Empyreion. Ja, Reloq und Sofa Neustadt hat funktioniert. Das Schiff ist noch da. Jetzt gucke ich mal, ob das andere Zeug noch da ist. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, da kann ich jetzt im zweiten Teil unserer Schiffsumgestaltungsmaßnahme, so nenne ich das mal, mein Quartier umbauen, weil das ist mir ein bisschen zu clean, das Ding. Ich zeige es euch mal, wie es bis jetzt ist. Ich bin überhaupt auf dem richtigen Deck, ja. Jetzt gucke ich es mal kurz weiter nach. Bisschen zu Zeit, der Öffner umgedrückt. So, hier war es noch nicht, das war hier vorne. Und zwar hier. Guck mal, das ist doch ein Gefängnis. Oh ja, das ist doch scheiße. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber das ist mir zu kleines Käpt'n. So, ja, mache ich quasi. Als den zwei Teilen hier eins. Deswegen kommt das Display weg. Die Tür, die braucht man hier unbedingt. Ja, die Lampen sind Urführte-Cuts. So, naja, zwei Duschen, aber ich besorgt, brauchen wir nicht. So, das kann raus. So, wir räumen mal die Bude alles erstmal hier so. Jetzt habe ich natürlich wieder was vergessen. Ihr wisst, was ich meine, meine Werkzeuge. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau, das kommt raus. Obwohl, eigentlich könnte man... Ne, warte mal, das müssen wir gar nicht so machen. Wir machen hier rein. Wir machen hier einfach eine Tür rein. Ne schöne Zvereinwohnung kann man dann... Das ist das auch hier, was das Ding da gekennzeichnet wird. Da baue ich hier einfach. So, die lassen wir über. So, jetzt haben wir erstmal eine schöne Leerenwohnung. Die Lampen, die lassen wir hier rein. Ist ja mit Bewegungsmänner und so ist alles ein bisschen komfortabel. Braucht man auch. Da würde ich mich aber dann lieber für die etwas schönere Dusche entscheiden, weil der Mensch ist ja eigen. So, das Klo bleibt. So, mit dem jetzt hier auf sein muss. Aber gut, kann man vielleicht zu lassen. Aber ich muss noch mal in die Werkstatt. Nützt mich nicht. Weil ich habe doch schon das Zeug vergessen. Die Tür, die brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich dann. Da brauche ich so etwas davon. Und die Dinger brauche ich dann auch. Na, jetzt rennst du dir wieder hier einen hässlichen. Aber es geht ja nur nicht. Das ist ja schön, das kleinere Chef. Im Gegensatz zur letzten Staffel. Das war weiter als größer, aber ich weiß immer noch nicht, wie die das machen. So, dann nehme ich mal noch sowas mit. Vielleicht noch ein bisschen sowas mit. Ne, die brauchen. Ne, das nehme ich mal noch mit. So, dann muss ich nicht bauen. Aber ich habe kein Werkzeug. Da war ja, hier habe ich zufälliger Werkzeug im Kasten. Ne. Da muss man mal kurz noch helfen. Das nützt dann alles nicht. Das erforschen bei solches. Und sehr, ja. Bis die brauchen wir nicht. Immer da. Da. Nehmen wir mal davon. Und warte mal, da können wir auch eigentlich noch mal. Vorsicht, selber. Regelflock. Und da können wir ja noch einen davon bauen. Ich habe Pflanzen erreicht. Dann haben wir ja sammeln im Scream noch. Und jetzt wird das mal umwerden mittlerweile. So. Kommt das ähnlich, Schatz. Das ist nur noch. So freuen müsst ihr hier. Was ist nur mit meiner Deko-Konsole. 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 So. Was ist jetzt brauchen oder nicht? Das steht jetzt erstmal außer Frage. Aber. Schauen wir mal. So. Jetzt muss ich wieder so einen langen Weg hinliefen und mein Kondier. Aber ich hätte natürlich auch irgendeine Deutsche höher nehmen können. Aber. Das liegt relativ zentral. So. Von McFly-Bau ist dann auch noch das die gleiche Ort Kondier. So. So. Das ist die Frau. Die müssen natürlich zu mir das gefällt mir. Oder siehst du. So. 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 lassen wir mal offen gucken wir mal wie wir bauen erst mal hier drinnen das eben brauche ich auf jeden fall erst mal dritte der fußboden muss ich sagen ist wenn ihr so meins ich hätte lieber denn der gefällt mir besser wenn du schon einen kleinen raum hast hier das können wir lassen und die wand gucke mal wer gut ein paar kabel an der decke kann man lassen aber das gefällt mir alles nicht das ist nicht so schick machen wir das jetzt mal ein bisschen gemütlicher hier okay das ist ein militärisches schiff das ist kein luxus dampfer aber ich werde mich auch hier kaum aufhalten in den quartier aber wenn du mal zahlreise bist die lüftungsanbauer kann man so lassen die stück kann man auch der gelassen und die passen ganz gut dass wir das doch hässlich wir müssen auf jeden fall fließen an der wand so und hier kommt jetzt nur durch hinein aber kämpfen da will halt was besseres haben das war das ist doch das ist doch gleich viel ältere aus so ist die frau hier müsste ich eigentlich auch fließen haben wir hier muss ich schließen das nützt nicht weil es ist es ist es ist es ist es ist es möchte ich nicht besser wie das drum was unten durchläuft und dann unsere rammische von innen weg röstet denn es geht ja gar nicht so was so ich wollte schon so dummes zeug aber das muss man sein so drinnen die lampe lasse ich das problem diesen kommen ja nicht mehr hin heute mache ich das hier am größten oder wenn ich vielleicht so ein ding dran war eigentlich wollte ich den platz da draußen von der bank nutzen aber allerdings sieht denn das aus ich warte mal späß wie ich das gebaut habe ich bin auf dem holzweg das worum muss man das drehen so passt es genau dann machen wir was machen da was ist denn das für ein teil ding 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 so was genau was ist denn das genau wir machen wir wir kommen so wurden wir um die landen wir haben die städte die haben gelassen das sind das und ding auch es braucht es war es nicht gibt Das machen wir mit Verkleidung schön hier. So. Bisschen hübsch wollen wir sie haben. Und das gleiche hier. Die Sauerstofftank bekommt man nicht versteckt. So viel baue ich dann auch nicht um. Oh das sieht doch gleich viel freundlicher aus. Das ist ja okay. Und wenn ich bleibe, das lass ich das durch. Bloß die Tür umbauen. Den Rest muss er dann sich selber machen. Aber dass er auch ein größeres Radier kriegt. Äh ja. So. Okay. Kommen wir nun zur Inneneinrichtung. Und ich würde sagen, hier hinten würde sich das Server relativ gut machen. Aber das gefällt mir alles nicht mehr. So. So. Dann müssen wir doch die Tür versetzen. Dann müssen wir die Tür versetzen. Da beißt einmal es kein Folgen her. So. Dann machen wir für Adventure noch rein. Also es geht mein Serverkonzept nur auf. Das geht auch vorne. So. So. Und hier kommt dann dementsprechend ein Füßbötchen rein. So. Nützt der nur nicht. Ah ne. Die ist doch hässlich die Tür. Die will ich doch gar nicht. Die will ich. Das ist ne Wohnung. So. Da haben wir ja nämlich ein schönes Ding. Da will ich natürlich auch eine Klötze haben. Das ist klar. Kannste DVD oder was auch YouTube gucken. Weil müsste ja in dem Schiff drin sein. Also WLAN müsste ich noch rein. Bei einem Schiff. Der Schnorchgeräuche ist wichtig. Machen wir so. Dann will ich in Nacht. So. So. Bauschränke muss ich auch noch haben. Das ist loben. Mäse. Gibt es da Unterschiede vom Passungsgemeinen? Ein bisschen mehr. Nein. Nämlich die flachen. So. Dann hier will ich noch gar nicht. Aber wenn es nützlos ist. Da hat man hier drüben noch ein bisschen Platz. Das lass ich erst mal. So. Dann will ich natürlich eine Kochnische haben. Als Käpt'n. Müsste Küchenträger. So. In der S-Bank wäre nicht schlecht. Dann ist das bald schon alle mein Zeug. Ein Computer brauche ich. Genau. Ich brauche da ein Computer. Was ist da? Da muss sein. Muss auch ein bisschen arbeiten können. So. Was habe ich denn jetzt hier noch übrig? Ich schränke vielleicht noch. Oder warte mal. Ich brauche noch ein bisschen Technik. Sehr weh. Das war. Und wenn ich den Schrank hier hin stelle. So. So. Dann brauche ich sowas noch als Käpt'n. Wenn ich irgendwie Bescheid wissen was in der Kiste so abgeht. überhaupt. Schiff! 時候 может nicht. Schiff! Schiff! Gut. So kann man ja auch wieder arbeiten. Aber kommisch rein. Gert! So. So ist der Griff. Man ist doch ganz nett. Da ist jetzt braucht man schon noch ein bisschen Probe. Das kann ich jetzt mit. Mit. Oder man ist nur so ähnlich. Kürzen dort das ist ich bin so mit dem Ort es gibt es sind z.T. die Stilungen nur kein Schuss Kürzlösung ich bin vielleicht noch der Spind, der Spind ach ne, muss ja auch nicht sein das müssen wir so ok was wollte ich mit uns machen die Vorbilder dann nehme ich mal wie sieht denn der weiß aus? ja, das sieht besser aus so, ok, da sind wir gelassig das Licht müsste eingehen, ok das ist doch kein Schick aus, das Quartier, würde ich sagen so, da hätten wir das und hier baue ich von McFly das Quartier rein da haben wir das den Kraus die Einrichtung und dann lasse ich ihn drinnen so, ich baue bloß das Quartier genauso das kann er sich dann selber einrichten später besser nicht was er da die Lampen oder nichts baue mal raus so das kommt weg und wir hier wieder so ein Ding in ein so, warte mal das ist das größere oder was ist das größere oder was ist das größere ich sehe aber noch was ich machen muss die textur muss weg so und hier das gleiche da ist natürlich die vier und wir würden das gezählt jetzt die nummerierung jetzt nicht mehr stimmt das ist ein quartier durch das mal ich lasse es aber so weit das gefällt mir links mit dem auch mal durch die ausdrucksweise das ist ja das lässt sich drinnen dann baue ich dann lege ich eben noch so ein bisschen zeug rein und das braucht keine zwei pläten die tür das brauche ich dann wieder ok das ist ja ok und sehr schön die portiere ich habe das vergessen das noch mal rein so ok vielleicht krieg ich nur so eine Unkrautstrafe mit rein oder wie ne ja aber dann was gelangt anstellt stehen zu sein im Raum stehen das alles im Raum sind die Beweise das sieht gut aus so ok hier hinten war der Konferenzraum da wollte ich hin da wollte ich hin so ein Blumen so ein Ding über mal schauen wir mal da das sieht ganz gut aus passen das hier beim besten hin weil es nicht so ein Wege umoxidiert geht mal zur Seite da von der Chef ja so kommen sie da vorbei dran ne sieht blöd aus m m das passt so nicht so richtig das ist ne Türe das ist ne Küche ne das ist klar ach sag mal das muss doch nicht das tut doch ne Not oder ich meine so ein luxuriöses Schiff und dann hast du ne meine Türe auf dem Klo ja ich glaube das muss ich mal ändern wir haben ja welche übrig da muss noch mal schon bauen jetzt kannst du nicht machen so was das ist doch um ein fairer muss sein also das geht wenn es ein riesen Raumschiff ist du ständig unterwegs bist mit dem Teil aber das geht gar nicht ne da bin ich ganz benebelt bei sowas allerdings wenn ich mir dann mit der Pflanze das sind ne Schutzerweise durch die Gänge da geht es doch oben da wollte ich nie hin ne wenn ich schon mal hier hinten bin kann ich noch ein paar Türen bauen da wäre ich das Offscreen nochmal bei Gelegenheit umbauen weil das gefällt mir so richtig dort mit den Toiletten das ne das ist nicht schön ja da verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal Tschü